Wir lassen mich vergessen, das feine Vaterland. Ich darf Ihnen vorstellen, das Prinzen war der Landeshauptstadt München und damit das offizielle Prinzen war der Landeshauptstadt München, seine Qualität, Prinz Werner II, Träumer und ihre Lieblichkeit einer der ersten Eiger. Ich bin doch ein bisschen gestaucht und ich darf das Mikrofon an unseren Prinzen übergeben. Sehr geehrte Beste in der Haller-Garde, liebe in der Haller-Frau, es ist mir ein wahnsinniges... Es ist mir ein wahnsinniges... Es ist mir das erste Mal in unserem Prinzen Westfels im Portell Bayerischen Hof auf dieser Tanzfläche auftreten zu dürfen. Vor genau 16 Jahren bin ich auch hier gestanden als Westfels im Portell Bayerischen Hof. Und deswegen kann ich ganz gut nachvollziehen, was die jungen Damen und Herren die letzten Wochen erlebt haben. Und deswegen darf ich das Wort. Und die Prinzessin haben wir auch die erste Mal. Es ist unbeschreiblich, heute hier zu stehen, wir haben sehr anstrengende Wochen hinter uns, wir haben sehr viel trainiert, deswegen wollte ich Angelika Ebel bedanken. Sie hat uns eigentlich die ganze Zeit freigebracht und danke Angelika. Dann natürlich meine Stylisten, Rainer Brugger, sie hat mir heute das Gesicht geschmied, und der Hanni Wagner, sie hat mir auch gemacht. Und natürlich möchte ich meinen Eltern danken, die mich unterstützend, meine ganze Familie entschließen natürlich auch. Und vor allem auch die Familie von Werner, die mich sehr netten Hütchen aufnehmen. Ich kann mir nachfragen, mich zum Tanzunternehmen gerne. Ich glaube, dass ohne der Familie soll man, wäre ich auch geschnitten. Das ist nicht so. Und dann wollte ich ehrlich sagen, wir sind Lustige auf dem Fasching frei. Wir haben für dieses Jahr ein sehr lange Fasching. Und ich freue mich auf die schöne Lustige Saison und hoffe, dass ich viele Frauen mit Ihnen bald interessiert. Eine der nächsten Fälle. Danke. Applaus Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, stimmen Sie ein mit unseren Tollitäten. Hattet Sie auf den Fasching der Welt. Wir haben eine wunderschöne Nadergader 2000 und zu. Die Frage ist es auch, dass wir das für das so schön ausschließen. Das andere ist aber auch, dass wir die liebe Leute sind.